Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mal ein kurzes Ankündigungsvideo für euch, denn wie ihr vielleicht schon im Thumbnail unter dem Titel gesehen habt, werde ich morgen um 14 Uhr streamen. Ja, ich habe einen oder zwei Teststreams gemacht, die halt auf Privat gestellt sind und hat eigentlich alles relativ gut geklappt. Ich werde in der gleichen Qualität streamen, der ich auch aufnehme. Und ja, es kann sein, dass das ein oder andere Mal halt der Stream ein bisschen hängt, also dass es den einen oder anderen einen kurzen Hänger gibt, da mein Upload-Speed eigentlich fast genau der Bitrate entspricht, in der ich auch streame. Deswegen kann es sein, dass da mal ein paar kleine, ja sag ich mal, Lags geben wird. Das kann man aber kaum bis gar nicht sehen tatsächlich, also es ist relativ gut. Nämlich, ich streame mit 9000 Kilobit pro Sekunde und ich habe 10.000 Kilobit pro Sekunde Upload. Reicht also gerade noch so, also eben noch ein bisschen, sag ich jetzt mal, Freiraum. Und ja, was werden wir morgen machen? Ich habe etwas geplant, denn ich stehe ja hier gerade neben meinem, ja, Bahnbetriebswerk für die Schmalspielstrecke. Und die Strecke ist ja noch lange nicht fertig. Ich werde sie weiterbauen und werde dort nochmal einen kleinen Haltepunkt bauen im Livestream, der etwas moderner ist. Ich habe da schon so eine Idee in meinem Kopf. Mal schauen, ob die umsetzbar ist. Und ja, mal sehen, wie es dann morgen läuft. Ich muss gucken, ob ich tatsächlich den Chat einblenden kann. Das wäre ganz praktisch. Ich habe es hinbekommen. Ich weiß aber nicht, ob, ja, das wirklich so gut funktioniert. Denn, ja, ich muss dann nochmal gucken, weil, kann sein, dass ich nicht direkt auf die Chatnachrichten eingehen kann. Ich habe zwar zwei Monitore, aber mein zweiter Monitor ist, ja, auch von der Auflösung und von der Größe relativ klein. Und da passen halt, ja, OBS, das Stream-Overlay von YouTube und der Chat passen da gerade noch so rein. Ich kann den Chat aber kaum bis gar nicht lesen darüber. Kann sein, dass ich ab und zu mal raus tabben muss. Und dieser Chat, der dann vielleicht, wenn es klappt, ich kann es nicht garantieren, dass es klappt morgen, wenn ich den anzeige hier im Stream, dann sehe ich den nicht, weil ich den nur halt in OBS sehe. Und, ähm, deswegen, und in diesem OBS-Vorschau-Fenster kann man den halt nicht so gut, ja, lesen. Und, ähm, ja, deswegen kann es sein, dass ich etwas verzögert auf eure, auf eure, sag ich jetzt mal, Kommentare reagiere. Aber ich werde schauen, dass ich jede Frage und jeden Kommentar oder so irgendwie beantworte oder drauf eingehe, wenn ihr das auch, ähm, wollt. Ich werde eh nicht so viele Zuschauer haben. Aber, ja, ich wollte es einfach mal machen. Da habe ich Lust drauf. Und das wird dann sozusagen diese Minecraft Immersive Railroading-Folge, die ja eigentlich an dem Wochenende kommen sollte. Das sollte eigentlich ein Timelapse-Bild werden. Aber ich habe mir mal gedacht, warum nicht das mal streamen? Und das, äh, ja, machen wir dann auch. Der Stream wird dann auch wahrscheinlich online bleiben. Damit der auch halt, ja, auch nochmal später anschaubar ist. Natürlich. Wenn irgendwas dazwischenkommt, werde ich hier einen angebittenen Kommentar hinterlassen. Wenn das irgendwie verschoben werden sollte oder sogar abgesackt werden wollte, was aber ziemlich unwahrscheinlich ist, weil ich das relativ gut, ja, nochmal geplant habe. Und, ähm, ja, kann aber trotzdem noch passieren. Und, ähm, ja, das wäre sozusagen alles. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Freitagabend. Wenn ihr dabei noch immer das Video seht, lasst ein Abo da, wenn ihr den Stream nicht, also wenn ihr den Stream nicht verpassen wollt. Und, ähm, ja, tschüss und auf Wiedersehen. Und, ähm, ja, tschüss und aufhören lindo word.